Aber nun will ich auf mein Buch zurückkommen. Vor einiger Zeit ging ich abends durch die Kalverstraat, Fußnote die belebteste Geschäftsstraße Amsterdams, und blieb vor dem Laden eines Kolonialwarenhändlers stehen, der gerade dabei war, eine Partie Kaffee Java, ordinär goldbraun, mit Cherryburnbruch und Abfall zu mischen, was mich sehr interessierte, denn ich passe immer und überall auf. Da fiel mir plötzlich ein Herr auf, der nebenan vor einer Buchhandlung stand und mir bekannt vorkam. Er schien mich auch zu erkennen, denn unsere Blicke trafen sich immer wieder. Ich muss zugeben, dass ich zu vertieft war in die Abfallmischung, um sofort zu bemerken, was mir erst später auffiel, nämlich, dass er ziemlich ärmlich gekleidet war. Sonst hätte ich mich gar nicht mit ihm eingelassen. Aber plötzlich kam mir der Gedanke, dass er Reisender einer deutschen Firma sein könnte, die einen soliden Makler sucht. Er hatte in seiner Erscheinung etwas von einem Deutschen und auch von einem Reisenden. Er war sehr blond, hatte blaue Augen und Haltung und Kleidung verrieten irgendwie den Ausländer. Anstelle eines Winterüberziehers, wie es sich gehört, hing ihm eine Art Schal um die Schultern, als ob er eben von der Reise käme. Ich glaubte, einen Kunden vor mir zu haben und überreichte ihm meine Geschäftskarte. Last und Co. Makler in Café, Lauriergracht Nummer 37. Er hielt sie unter das Gaslicht und sagte, »Ich danke Ihnen, aber ich habe mich geirrt. Ich glaubte, ich hätte das Vergnügen, einem ehemaligen Schulkameraden zu begegnen. Aber Last, so hieß er nicht. »Pardon«, erwiderte ich, »denn ich bin immer höflich. Ich bin mein Herr Drogstoppel, Batavus Drogstoppel. Last und Co. heißt die Firma, Makler in Café, Lauriergracht. Ja, Drogstoppel, kennst du mich nicht mehr. Sieh mal, sieh mich mal richtig an.« Je länger ich ihn betrachtete, umso deutlicher erinnerte ich mich, ihn schon häufiger gesehen zu haben. Aber, so sonderbar das klingen mag, sein Anblick wirkte auf mich, als ob ich ferne, fremde Düfte roch. Ich bin überzeugt, dass er keinen Tropfen Parfüm an sich hatte, und dennoch roch ich etwas Angenehmes, Kräftiges. Etwas, das mich erinnerte an, »Halt, da hatte ich's.« »Sind Sie es?«, rief ich, »der mich damals vor dem Griechen rettete?« »Natürlich«, erwiderte er, »das war ich. Wie geht es Ihnen denn?« Ich erzählte ihm, dass wir dreizehn Mann im Kontor sind und sehr viel zu tun haben. Dann fragte ich, wie es ihm ginge, was ich aber sofort bereute, denn er schien nicht in guten Verhältnissen zu leben, und ich mag arme Menschen nicht, weil sie ihren Zustand gewöhnlich selbst verschuldet haben, denn Gott verlässt niemanden, der ihm in Treue dient. Hätte ich einfach geantwortet, »Wir sind dreizehn Mann im Kontor, na, dann leben Sie wohl«, so wäre ich Ihnen damit los gewesen. Aber durch das Hin und Her, das Fragen und Antworten wurde, ist immer schwieriger abzubrechen. Andererseits muss ich auch wieder anerkennen, dass das vorliegende Buch dieser Begegnung sein Dasein verdankt. Ich bin immer dafür, auch das Gute zu betonen. Die, das nicht tun, sind unzufriedene Menschen, und die mag ich nicht leiden. Ja, er war es, der mich aus den Händen des Griechen befreit hatte. Denkt nun nicht etwa, liebe Leser, ich sei jemals von Seeräubern gefangen worden, oder ich hätte irgendeinen Streit in der Levante gehabt. Ich habe doch bereits erklärt, wie ich nach meiner Hochzeit mit meiner Frau nach dem Haag gefahren bin. Dort haben wir das Mauritshaus angesehen, Fußnote bedeutende Gemäldesammlung im Haag, und in der Venenstraat Fanel gekauft, Fußnote enge Straße in Haag, in deren zahlreichen Läden vorwiegend billigere Waren feilgeboten werden. Das ist der einzige Ausflug, den mir das Geschäft überhaupt gestattete, denn wir haben sehr viel zu tun. Nein, in Amsterdam selbst hatte er meinetwegen einem Griechen die Nase blutig geschlagen. Er kümmerte sich immer um Dinge, die ihn gar nichts angingen. Es war im Jahre 3 oder 44, und zwar im September, denn es war gerade Jahrmarkt in Amsterdam. Da meine Eltern aus mir einen Pastor machen wollten, lernte ich Latein. Ich habe mich später häufig gefragt, warum man Latein können muss, um mit dem lieben Gott zu reden. Ich war damals jedenfalls auf der Lateinschule, heute sagt man Gymnasium, und es war Jahrmarkt. In Amsterdam natürlich, meine ich natürlich. Auf dem Westermarkt standen die Kram und Schaubuden, Und wenn du, lieber Leser, ein Amsterdamer bist und ungefähr in meinem Alter so wirst du dich entsinnen, dass eine darunter war, die sich besonders bemerkbar machte durch die schwarzen Augen und die langen Zöpfe eines Mädchens, das als Griechen gekleidet darin stand. Ihr Vater war ebenfalls ein Grieche, oder er sah wenigstens wie ein Grieche aus. Sie verkauften allerhand Räucherwaren. Ich war gerade alt genug, um das Mädchen hübsch zu finden, ohne jedoch den Mut zu haben, sie anzusprechen. Das würde mir allerdings wohl auch wenig genützt haben, denn Mädchen von 18 Jahren sehen in einem 16-jährigen Jungen noch ein Kind, womit sie ganz recht haben. Und doch kamen wir Schüler Abend für Abend auf den Westermarkt, nur um das Mädchen zu sehen. Nun war er, der da mit seinem Schal vor mir stand, eines Abends dabei, trotzdem er ein paar Jahre jünger war als wir anderen und deshalb wohl noch zu kindisch, um sich nach der Griechen umzugucken. Aber er war der Primus unserer Klasse, denn gescheit war er alles, was recht ist, und er konnte gut spielen, balgen und kampeln. Und deswegen nahmen wir ihn mit. Während wir nun, wir waren ungefähr zehn Mann hoch, ziemlich weit von der Bude entfernt standen und nach der Griechen schielten und überlegten, wie wir es nur andrehen sollten, ihre Bekanntschaft zu machen, kamen wir letzten Endes zu dem Entschluss, unser Geld zusammenzulegen und irgendetwas bei ihr zu kaufen. Aber nun war guter Rat teuer. Wer sollte den Mut aufbringen, das Mädchen anzusprechen? Jeder wollte und keiner wagte. Das Los musste entscheiden und es fiel auf mich. Nun bekenne ich, dass es nicht mein Fall ist, Gefahren zu trotzen. Ich bin Familienvater und halte jeden, der die Gefahr sucht, für einen Narren. Und so steht es auch in der Schrift. Es ist mir wirklich eine große Genugtuung, erklären zu können, dass sich meine Anschauung über Abenteuer und dergleichen in nichts gewandelt hat, da ich jetzt noch genau die gleiche Meinung über diese Dinge hege wie an jenem Abend, da ich mit den zwölf Stübern, die wir zusammenbekommen hatten, vor der Bude des Griechen stand. Aber aus falscher Scham wagte ich nicht, zu sagen, dass mir der Mut fehlte, und außerdem musste ich wohl oder übel vorwärts, denn meine Kameraden drängten mich, bis ich schließlich vor der Bude stand. Vielen Dank.